gut weil wir jetzt los mit dem party modus auf grusel ich habe jetzt auch alle folgen hochgeladen hat sich die im letzten aufgenommen also hätten eigentlich tatsächlich bis nächste woche sonntag material gehabt so übertragung starten also ich habe jetzt mal party modus ja also ich habe zur erklärung damit ihr bescheid wisst ich habe jetzt eingestellt es wechselt nicht die ballform nur die ballgröße für alle gleich okay das ist immer so was ich und was ich noch eingestellt habe ist ich habe die startposition auf zufällig dass wir vielleicht du hast ja gesagt ein bisschen was umprobieren so wenn es nicht toll ist kann man es ja wieder nächste runde wieder umstellen probieren wir mal ein bisschen was aus ja dann hallo das ist voll in der aufnahme jetzt drin dann schauen wir uns das mal an ach ja und die power up sind natürlich an also die honig falle und der ganze kram ok gut zu wissen ja es ist besser wenn wirklich alle gleiche im voraussetzung haben als wenn dann einer sei dauerhaft du hast eine zupfeite aneinander ballgarten und ich hab die scheiß würfel gehabt das ging ja alles gut darum geht es ja nicht momentan wie gesagt wechselt jetzt in der runde nur die ballgröße also entweder haben wir einen großen ballen kleinen oder den normalen und halt jeder startet von einer anderen aber das ist halt nicht ein bisschen weiter links dann ein bisschen weiter rechts das ist jetzt kein weltuntergang perfekt dass ich da also ich bin ich ja nicht durchgekommen aber jetzt bin ich durch das loch ein bisschen zu schwach schade das genau drüber geht über das loch damit vorgehen ich habe drei vier ach ja und berührung ist an wollte ich auch noch sagen okay das ich habe das mit dem ich habe die 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 das die 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 es ist ein bisschen zu weggerutscht das will nicht es ist ein bisschen zu verwenden ich habe das eine Einbluten Bogi. Zu vier. Sieben Schläge. Ah ok. Ja. Ah ok. Und dann da rüber. Ach Mist. Zu doll. Was ist das da schon wieder? Oh das war ein bisschen zu viel. Oh Gott, das will ich jetzt. Yes. Oh, ganz knapp dran vorbei. Oh nein. Er hat eigentlich den richtigen Winkel drauf und sitzt wieder am beschissenen Winkel. Ah. Jetzt geht's hoch. Die Frage ob du von dort spielen kannst. Scheinbar. Ok. Wo? Der war auch nicht schlecht. Ne 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 ne. Der wird da nicht rein. Aber wo geht? Naja. Ich würde vielleicht ein bisschen weiter links ansetzen. Baby. Du brauchst einen gewissen Winkel sonst kommst du da nicht rüber. Na. Ich meinte von links und dann mehr rechts zählen. So. Jetzt. Jetzt. Jetzt ein Stück rechts auf den Kamin zu zählen. Genau. Aber du hast eh gleich keine Schläge mehr oder? An die Party muss das von glaube ich 15 ne? Ich weiß es nicht. 15 oder 19. Ich weiß nicht. Verzeih. Ich weiß nicht. Verzeih. Verzeih gestellt hat. Scheiße. Donner. Jawoll. Nicht schlecht. Ohh. Das war jetzt echt ärgerlich. Ja 19 sinds. Schade. Macht's so extra langsam damit die dann nicht all zu viel. Ich hoffe es passt. Ja. Du hast keine Bande, da bist du so DeutLD. pass auf käfter das sind keine bande ja das habe ich dann auch gemerkt ich bin runter herzhaft wie schlecht der einfach kurz die andere richtung schatzgeist ich habe mich in eine eiche verwandelt ja ich war davon zufällsgedreht aber schade er ist ja ausgült ja schlecht mit der war geschissen vom winkel ja geht es vielleicht doch 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 so gut ja ja kommt ja ja boge der ist ausgewöpft wieder da hinten drin oder geht er wieder zurück scheiße man jetzt auch rechts mit gewalt drüber geben kann vielleicht immer ärgerlich wenn er so kurz davor liegen bleiben definitiv warte mach doch nein zu weit ich trottel ich hätte nur einmal springen müssen ja 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 ich hätte da ideal gelegen wäre ich auch aber ja doch dann komm jetzt und drüber hinaus ich habe zweiterhalb balken genommen zwar der balken ziemlich gerade dann tippt er hinten einmal auf und dann bist du drüber ja schon drüber es hat nicht ganz gereicht habe dieser zweiter balken markus dann bist du da ziemlich drüber nur da eigentlich mit fast voller kraft ich sag damit fast voller kraft ja ja Ah, den ersten direkt durch, oder war? Ja, ich auch. Ah, Mist. Hier darfst du nicht zu fest sagen, weil du... Hier ist das zum Kotzen, dann ist er wieder raus. So, sehr schön. Du bist da durch, ne? Oh, Glück hat. Perfekt. Yes, für die zwei Schläge. Glück gehabt, er hat nämlich irgendwie über das Loch gehöpft und dann zurück beim zurückprallen. Jetzt. Boogie. Sehr gut. Okay. Mann. du wirst du denn da jetzt rüber aber das so auf der sofa das leben das maul da ich fliege dadurch und neben die maul schickt mich neben die bahn auch nicht schlägt ich hab's eigentlich durchgeschafft naja ich hätte schon ein weniger gehabt aber auch schade kipp ja das ist schlecht so ich dachte ich muss doch mal ein bisschen spielen oh schön mag ist der weiß sauber gesetzen so schlecht war der gang danke ich habe ich habe aber eigentlich genau in der richtigen genau richtig berühmte mich noch eine bessere position gebracht hast jetzt jetzt darüber springen und dann auch wieder rechts oder links geht auch nicht ganz nicht ganz wer die ok noch ein bisschen weiter links würde ich sagen ja ja ich bin oben drüber gehüft ich war perfekt eigentlich aber auch oben drüber von dem ding geholfen funktioniert du kannst eigentlich ein bisschen glück ich hoffe so drüber bist du in die honigfalle gefallen baby nein schade dann verschwindet die ja wieder ist ja blöd jetzt war zu schwachen also als ob das drecks netz ja bogey aber sehr schön reingemacht das hättest du gerade sehen müssen von da oben eingeloggt ja ich nicht ganz aber ich bin hier vom loch bogey ich bin genau richtig gelandet oben volle kraft baby ich habe drei viertel kraft genommen werden kannst du oben auf dem ding drauf drei viertel kraft ein bisschen nach rechts setzen ja 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 sehr schön wenn er jetzt runter fällt genau perfekt da du hast du keine coole also das geht bergab stück ja wohl ja wohl ich glaube da drüber ich glaube da drüber dann muss ich da jetzt sagen runter also du musst da rechts abheilen und runterfallen also hier und direkt raus oder was so ist recht frau und da ist dieses dieses gewünscht anspinnen jetzt da musst du runterfallen ich zeige es dir hier runterfallen okay ich bin drauf das meinte ich jetzt da jetzt darunter da rechts vorbei oder hier rein praktisch in den seiten weg da jetzt also hier runter bin ich jetzt hingeblieben bei mir dran achso ich hinter dir keff da ist noch ein abzweig die ja mal die kammer hier mensch ist doch mal die kamera öfter ich bin am links hingeblieben ich wollte die hinterher du bist hinter dem loch hinter dem netz und durchgegangen in dem erreicht zumindest das ist so ganz verkackt die bahn sage ich genau gleich spiele wie du gewinne ich das ding scheiße ich kann die spieler jetzt jetzt kann ich ich kann erst auf die bahn gefallen irgendwo ich auch und ich kann hier weiterspielen der worte fragt ja 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 und ich fall wieder auf die bahn schön online ich komme echt nur ich freie mich dann so ab dass ich nicht wirklich was machen kann ja so nein nein zu doll bringen wir wieder raus nein damit bogey ich hätte fast fahr geschafft aber dass wir zweimal aus künft aus dem loch nein warum geht es wieder runter ja aber ja 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 wenn ich hüpfen nicht hüpfen nicht hüpfen und zwar jetzt vielleicht noch runter von der plattform nicht acht dazu müsste ich das eigentlich gewonnen haben ja müsstest du ich müsste zwei schläge vorsprung gewonnen 3 für gewünsch ja aber es war keine bahn dabei die ich wirklich so böse verkackt habe ich habe ich gut durchgezogen dass sie so bin gleich viel aber wenn ich mal was gewonnen und zwarり scarcity M parentheses Ava.. Ok! Gut! Dann geht's weiter! Morgen! ...